einen wunderschönen guten tag willkommen zu sexy hiking das ist wie ihr alle wisst natürlich wisst ihr das weil ihr seid ja nicht ungebildet das inspirationsspiel zu dem spiel was momentan alle spielen und das nennt sich getting over it over it meine ich natürlich und der der kommentator sagt an einer stelle das ganze spiel auf sexy hiking basiert und wir starten einfach mal und wie ihr seht ist es nämlich genau das ich habe nämlich gedacht bevor wir bevor wir nämlich direkt zu getting over it kommen oh gott probieren wir uns doch erstmal im original und wir schaffen es nicht mal über den ersten fucking baum ha 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 nein oh gott wie soll das denn bei getting over it erst werden ha ha nein oh mein gott das wird also sexy hiking wird auf jeden fall wir sind auf dem ersten ast nein wir haben es über den ersten baum geschafft freunde wir haben es über den ersten baum geschafft diese spannende musik dabei oh mein gott nicht fliege durch die gegend ich kann tatsächlich nicht sagen ähm ja mann das bewirb bist du also das war das erste level ich habe das erste level geschafft bin ein bisschen stolz auf mich das musik das wird übrigens ein 30 minuten mit nicht dass es irgendwie in unser system rein passt weil das spiel ist das spiel ist leider weder neu noch irgendwas anderes das spiel ist aber ganze also tatsächlich habe ich das einfach runtergeladen ah mein gott alter ich habe das einfach da runtergeladen wo ich habe einfach sexy hiking eingegeben und dann der erste link war glaube ich schon der der den ich mit dem spiel das spiel ist irgendwie nur 2 mb groß fuck oh mein gott es ist ähm diese musik ne die musik macht mich richtig fertig also ich habe eben noch schön kürz kleinbänge aufgenommen und jetzt sowas hier kürz kleinbänge kommt übrigens morgen das spiel ist schon draußen ich weiß es nicht fuck oh meine fresse ich habe das erste level geschafft also schaffe ich das zweite auch ja ich habe gedacht getting over it ist nervtötend aber das ist es nicht doch das ist es schon oh mein gott das geht jetzt schon voll ins handgelenk ne ich sehe es schon vor mir wir werden irgendwie in diesem ganzen 30 minuten mit wahrscheinlich nur irgendwie nur irgendwie hier rumhängen und diese diese fresse hier anstarren oh meine fresse ja zu viel dpi so nochmal also try again bitte ja 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 Übrigens, ähm, ich habe beschlossen, ähm, also Getting Over It wird ein Full Let's Play kriegen, ja, erst ein 30 Minuten mit, einfach um das Format des Willen und danach ein richtiges Let's Play. Ähnlich wie, ähm, bei welchem Spiel habe ich das nochmal gemacht? Ich kann mich grad gar nicht konzentrieren, ne? Wieso schaffe ich das nicht mehr? Meine Fresse! Boah, dieser komische Hammer, der hängt zu sehr hinterher. Ich hab das gemacht bei... Nicht Little Nightmares. Wo hab ich das denn gemacht? Eben mit dem ganzen Let's Play. Nach den 30 Minuten mit... Oh, 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 oh. Gott, wie soll man das schaffen? Komm ich da oben dran? Alter... Oh, 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 oh. Ah! Ah, scheiße. Du sollst dich nicht abstoßen. Gott, wie soll ich da jemals hochkommen? Du sollst dich sagen... Du solltest... ... das Spiel du hast fast GRV. ... one or two... ... Boah, man! Nein! Oh mein Gott Es ist so Ich glaube Ähm Ich glaube Es ist Es ist schwerer Als Als Getting Over It Weil Ja Okay Wir bleiben kurz hier Ich glaube es ist schwerer Als Getting Over It Weil Aus Gründen Nein ich glaube es ist schwerer Als Getting Over It Weil Weil es einfach nicht so gut optimiert ist Da komme ich nicht hoch Nein Was warum Warum hat er jetzt das Ding weggezogen Und nicht sich zu dem Ding hin Du Inkonsistes Scheißspiel Konsistent Heißt das Wort Konsistent So Ich habe mich auch nicht blockiert Oh mein Gott Oh mein Gott Ich komme nicht mehr klar Oh nein Ich bin Ja Oh 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 Gott, wie soll ich das noch eine Viertelstunde aushalten? Was? Wieso? Da war ein Lag. Da war ein Lag, Alter. Ihr habt es gesehen, es ist auf der Aufnahme, weil diese Scheißmusik neu gestartet ist. Das war dann ein Lag und deshalb... Boah, ich raste aus, ey. Das spielt es gegen einen. Ich kann nicht mehr, ey. Nein, ich raste. Nochmal. So. Oh, dieser Hammer ist so scheiße Träger. Kann ich diese Musik irgendwo ausstellen? Das Spiel hat sich beendet. Schön. Moment, wir starten jetzt einfach nochmal. Lass mich raten. Ich muss von vorne anfangen, wetten. Nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Willkommen zu Sexy Hiking. Dem besten Spiel, das es gibt. Und genau deshalb, genau wegen solchen Glitschen, ist höchstwahrscheinlich Getting Over It besser. Okay, das erste Level haben wir tatsächlich erstaunlich schnell wieder geschafft. Ich bin ein bisschen begeistert. Egal. Egal, jetzt geht es wieder los. Okay, ich wollte eigentlich eben nur die Musik leiser machen. Dann habe ich Escape gedrückt und dann hat sich das ganze Spiel einfach beendet. Okay, wir wollen uns ja quasi hier hoch boxen, ja. Wir wollen also nochmal, gehen wir uns jetzt mal taktisch an. Wir wollen hier hoch, ja. Da. Da hoch. Da hoch. Und dafür müssen wir uns hochwerfen. So. Jetzt sind wir hier sicher. Fuck. Wir ziehen uns jetzt ganz langsam hier rein. Jetzt wollen wir da hin. Wir gehen hier hoch. Okay. Okay, okay. Ganz ruhig, Sascha. Oh mein Gott. Wir werfen uns jetzt hoch. Und schleudern den, 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 den Hammer, dann, so bringt uns das nichts, ne. Das heißt, wir müssen uns hoch schleudern. Und schleudern den Hammer dann da oben hin. Und das hat so absolut gar nicht geklappt. Also hier geht das auch tatsächlich. Das hat so gar nichts geklappt. Das klappt, das klappt, das klappt, das einfach nicht. 20 Minuten. Wir haben das erste Level zweimal geschafft. Das erste Level zweimal geschafft. Und das zweite Level noch gar nicht. Fuck. So, es kommt. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, das ist so anstrengend, dieses Spiel. Komm, da komm ich. Ich komm da hoch. Komm ich hier auch hoch. Oh mein Gott, ich komm hier auch. Oh mein Gott, ich komm hier auch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir werden wieder... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir werden... Wir werden sowas von runterfallen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das aufregend. Ganz langsam. Slow and steady. So. Da oben ist der komische Typ. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben das zweite Level geschafft. Ich fasse es nicht. So, ich muss mal kurz was zu trinken hier. Ich habe mal kurz was zu trinken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein psychischer Druck das gerade ist. Ja, das ist ja alles noch okay. Okay, sage ich mal. So, und jetzt? Was bist du? Da wollen wir hin. Oh Gott. Ach so. Das ist ein Hinweis. Das machen wir nochmal. Das ist ein Hinweis, dass diese Ebene hier ist die Ebene, wo wir sind und die Ebene da unten ist da, wo wir hinwollen. Gut, das heißt, wir wollen. Nein, das hat so leider gar nicht funktioniert. Man darf es halt nur nicht überstürzen. Man muss es slow and steady machen. Slow and steady. Slow and steady. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wir machen es slow. Boah, Musik lags, ne? Ich drehe durch. So, Moment kurz. Ich musste kurz was machen. Ähm, slow and steady. Oh mein Gott. So, wie du. Slow and steady. Und dann kommen wir über diesen dämlichen Baum schnell rum. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mich da lang schwingen soll. Das ist ja prinzipiell, sollte es ja eigentlich schaffbar sein. Ich weiß noch nicht, aber ich bin in einem Baum. Und dann kommt es mal nur noch ein Strom und ein Baum. Und dann kommt sie in einem Baum. Ich will nur noch ein Baum. Und dann kommen sie in einem Baum. Ich will mal nicht überdenken. Und dann werden die Leute gemeinsam in einem Baum. Ohne durchzudrehen Ja, schaffst du das? Ohne durchzudrehen Geht das? Kannst du das? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wie man Wie das Also bei dem anderen eben Da Da wusste ich ja, wie ich es mache Aber ich war einfach nur zu blöd, das zu machen Aber hier Weiß ich Ich weiß Ich weiß nicht mal So in etwa, ja Aber ich habe gerade noch eine Idee bekommen Wenn das da oben stimmt Dann probiere ich jetzt mal einen sehr kühnen Plan aus So als letzten Bevor Diese Episode vorbei ist Nein Das hat ganz gut geklappt Aber nicht ganz so, wie ich mir erhofft hatte Was probieren wir nochmal? Boah, ich schwöre, na, diese Ihr wisst ja Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht Wenigstens versuchen würde, es zu cheesen Nein Nein Okay Ein letzter Versuch Ohne cheese Ich weiß, wir werden wahrscheinlich knapp über die 30 Minuten drüber kommen Und meine Idee war halt, wenn ich hier wäre, dass ich dann einfach mich runterfallen lassen kann Okay, die Idee ist da Aber ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben Vielleicht irgendwann Irgendwann Vor allem das Schlimme ist, ich muss es am Stück durchspielen Aber da habe ich jetzt keine Zeit zu Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich glaube Doch morgen kommt der erste Part Getting Over It Weil ich werde das direkt kaufen Sobald es Sobald es raus ist Und dann kommt Getting Over It Und ansonsten dürft ihr euch noch auf mehr Destiny freuen Und auf noch ein paar andere Sachen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Das waren 30 Minuten mit Sexy Hiking Na hier, sie seht ihr nicht dieses Gesicht Seht ihr nicht, wie sexy es ist Oh Gott Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao